Hi meine Lieben und ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal und heute wird es einen Action-Live-Haul geben. Ich war ganz spontan bei Action und habe mir dann direkt gedacht, okay, dann filmst du auch ein kleines bisschen, auch wenn ich nächste Woche wieder bei Action bin. Naja, ich hoffe, dass es nächste Woche da irgendwas anderes gibt, was ich euch abfilmen kann. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß bei diesem spontanen Video. Bis zum nächsten Mal. So, ich nehme hier einmal solche Tütchen mit. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, aber ich finde die einfach super toll. Ich habe schon mehrfach diese Tütchen hier gekauft, sind super gut zum Verschenken, kosten 79 Cent. Ich nehme aber eigentlich immer die hier mit, also diese pinken hier. Aber die blauen sind auch nicht schlecht. Ich glaube, ich nehme mal pink und blauen mit. Ja, finde ich toll. Schaut mal, das wusste ich gar nicht. Die haben hier von Ideal of Sweden oder wie auch immer man das nennt. Keine Ahnung. Fragt mich nicht, Leute. Ich finde in der Aussprache ziemlich schlecht. Auf jeden Fall für verschiedene Handys. Haben die hier die Hüllen für 4,99 Euro. Wir haben hier, glaube ich, was ist das? Sieht aus wie Samsung Galaxy S20 Plus. Hier haben wir zum Beispiel das iPhone X, 8, 7, 6 und 6S für iPhone. Samsung Galaxy S10e. Also für viele verschiedene Handys. So, ich habe gerade hier dieses Stativ hier entdeckt und ich brauche nämlich ein neues. Meins ist nämlich kaputt gegangen, weil mir ist nämlich so ein Füßlein hier abgebrochen. Und das fühlt sich hier so ein kleines bisschen hochwertiger an. Kostet 2,69 Euro. Ist von Grundlikon, wie auch immer man das Ganze nennt. Genau, dann haben wir hier auch ein Ringlicht. Also wer braucht, gibt es hier ein Multicolor. Keine Ahnung. Und Warm White. Daylight. Ach, keine Ahnung. Wer ein Ringlicht braucht, 9,95 Euro. Bei Action. Bei Action. Bei Action. Before me. Bei Action. Bei Action. Bei regulation. Bei Rain. Bei adolescents. Bei Sixteen. Bei. Bei Lia. Bei Marcus送行. Beirich. Bei Neptune. Bei Kore. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Hier sind wir jetzt bei diesem ganzen Bürokrams und sowas. Hier brauche ich jetzt zumindest dieses Mal nichts. Aber ich habe mir gedacht, ich nehme mal die hier mit. Meine Eltern brauchen nämlich jedes Mal solche Blättchen hier. Und wir haben keine mehr. Und die fragen jedes Mal danach, ob ich noch irgendwo solche Blättchen rumfliegen habe. Und jedes Mal sage ich, nein, habe ich nicht. Deswegen habe ich mir gedacht, nehme ich das jetzt einfach mal mit. Dann haben die das endlich da. Genau, ansonsten. Ich habe hier gerade noch irgendwas Cooles gesehen. Zum einen die hier. Fand ich sehr schön. Zum Beispiel für Notizblöcke, um sich irgendwo, keine Ahnung, das Ding reinmachen zu können. Und man weiß, ah, okay, hier ist die Seite. Ich habe solche in Herzchen. Finde ich ganz toll. Hier haben wir wieder Miki Maus und Mini Maus. Finde ich auch sehr toll. Kostet 1,95 Euro. Einige Follower haben mir geschrieben. Die sind extra nur wegen diesem Buch zur Action gefahren. Genau. Wo habe ich das denn gerade gesehen, Leute? Bin ich doof? Ach hier. Schaut mal. Und zwar ist das so ein Labelmarker. Ich habe das ganz oft auf TikTok gesehen. Fand das sehr cool. Aber auf Amazon ist das mega, mega teuer. Und hier kostet das Ganze 3,99 Euro. Das nehme ich jetzt auch mal mit. Ach, schaut mal, wie niedlich, Leute. Super süß. Dann nehme ich jetzt, keine Ahnung, was die kosten. Ich weiß leider nicht, von wo die sind. Keine Ahnung. Ich nehme die jetzt einfach mit. Ich finde die einfach so unglaublich süß. Die stecke ich dann später bei Mama in die Blumen rein. Finde ich so süß. Und dann hat meine Mutter mich gefragt, ob ich so eine Flasche hier mitbringen kann. Sie wusste nicht, dass es die hier gibt. Sie meinte so, wenn du so etwas Ähnliches findest, dann soll ich das machen. Sie will da irgendwas wie Blumen zum Reinmachen tun. Keine Ahnung. Irgendwas, was halt auch nicht auf die Haut gehört. Irgendwas Düngermittel. Ach, keine Ahnung. Damit die Blumen halt wieder beleben. Und da sollte ich eine extra Flasche mitnehmen. Und da nehme ich jetzt die mit. Ich glaube aber eher eine graue. Ja, hinten eine graue für 69 Cent. Schaut euch mal diese Gießkarnier an. Ey, sind die nicht fresh, Leute. Gerade die da hinten in schwarz finde ich mega toll. Richtig, richtig, richtig süß. Hier haben wir dann diese ganzen Fake Blumen. Genau, und da hinten dann auch nochmal einzeln. Ich wollte gerne ein paar Kerzen mit in den Urlaub nehmen. Wir sitzen halt meistens, bis es dunkel ist, dort halt, ja, keine Ahnung, bis 11, 12 Uhr. Und dann ist es halt mega schön, wenn man keine Kerze anmachen kann. Ich weiß zwar nicht, welche ich mitnehmen soll. Aber ich glaube, ich nehme mal irgendwie sowas in der Art mit. Schaut mal, die kann man halt wieder zumachen. 2,99 Euro. Natural irgendwas. Wachs, keine Ahnung. Ich nehme die jetzt mal mit. Die finde ich ganz cool, weil hier oben halt zum Zumachen ein bisschen was ist. Wir haben hier noch andere. Aber irgendwie finde ich die jetzt ganz cool. Wir haben hier noch ein bisschen was. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Und nochmal, ich glaube insgesamt vier Stück, aber die nehme ich als allerletztes mit, weil die halt übel schwer sind. Und genau, unsere reichen nämlich nicht, die wir haben. Ich habe jetzt hier noch eine Sache gefunden, die sehr gut für den Urlaub sein könnte oder sogar auch für zu Hause. Also und zwar ist das das hier Anti-Mögen-Stecker. Anti-Mögen-Stecker. Genau, mögen. Auch gut. Genau, von Citine. Keine Ahnung. Wir haben hier noch diese Nachfüller. Die kosten 2,79. Das Ding hier kostet 4,89. Ja, das ist halt sehr gut für den Urlaub und auch sehr gut dann für zu Hause, weil ich hasse Insekten. Ich hasse einfach Insekten. Sorry, das sind... Ich hasse diese Tiere einfach. Keine Ahnung. Ich mag alles, was krabbelt irgendwie nicht. Außer Marienkäfer, die sind süß. Genau. Nehme ich jetzt mit. Ich glaube aber, nehme ich zwei jeweils mit von denen. Für mich und für meine Eltern. Genau. Ich weiß nicht, was ich weiß nicht. Untertitelung des ZDF, 2020 Meine Lieben, ich hoffe, für euch da draußen hat dieses Video gefallen. Ich würde mich mega über den E-Mail-Kommentar und über ein kostenloses Abo freuen. Vergesst auf gar keinen Fall, das Glöckchen zu aktivieren. So verpasst ihr auch in Zukunft und könnt es mehr Videos mehr. Und jetzt wünsche ich euch, du dich da draußen noch einen wunderschönen Morgen, Mittag, Abend oder eine schöne Nacht. Bis zum nächsten Video. Tschüss, ihr Lieben.